Es ist dem Feind gelungen, die Front in breiter Formation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Starnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Frohnau und Pankow und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Mein Vierer, Steiner Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Der Angriff Steiner ist auch für ein Aufmerksamkeit. Der Angriff Steiner konnte faster aus den Niveau berührt. Die Angriff Steiner haben einen Drogen-Karlsor. ik ist es. Kontakt zu Kribb als Böckl. Das ist ein Drogen-Karte. Die Angriff Steiner ist aber ein Drogen-Karte. Die Karte ist nicht die Karte und die Karte ist nicht die Karte. Das war ein Befehl! Der Angriff Stein, das war ein Befehl! Wer sind Sie? Das hier ist man! Sie bleiben weg! So ist es! Was ist das alles genau? Der Militär hat mich verjogen! Jeder hat mich verlogen, sogar die SS! Die gesamte Generalität ist nicht weiter als ein Haufen niederbrechtiger, treuloser Feiglinge! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verblieben... Gestatt Feiglinge! Verreißer und Versager! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich! Die Generalität ist der Geschmacks des deutschen Volkes! Sie ist ohne Ehre! Sie nennen sich Generale, weil Sie Jahre auf Militärakademien zugebracht haben, nur um zu lernen, wie man Messer und Kabel hält! Da wird lang, dass das mit den Firmaladen Schöne so verhegert! Das hat mich gehen und nur ein Spitzpicken... Widerstand! Ich habe ihn weggelegt! Ich hätte gut daran getan, von daher alle höheren Offiziere liquidieren zu lassen, wie Stalin! Ich war leer von der Akademie. Und doch habe ich allein, allein auf mich gestellt, ganze Rapper erobert! Verräter! Verräter! Von allem, als von allen, bin ich nur verraten und betrogen worden! Es wurde ein ungeheuer Verrat geübt am ganzen Volke! Aber alle diese Verräter werden bezahlen! Mit ihrem eigenen Blut wird sie bezahlen! Sie werden das Saufen in ihrem eigenen Blut! Sie werden das Saufen in ihrem eigenen Blut! Bitte gerne! Jetzt beruhig dich doch! Die Befehle sind in der Wild gesprochen! Es ist unmöglich, unter diesen Umständen zu führen! Es ist aus. Der Krieg ist verloren. Aber wenn Sie meine Herren glauben, dass ich das mit dem Frieden verlasse, er wird es sich gewaltig. Er jagt mich eine Kugel durch den Kopf. Dann sind wir sieben.